da wird es wohl nächster nähe nix doch du musst nur zwischen den richtigen da wird wieder gesnabt ingo ja aber wir sind auf der falschen seite ja dann okay dann lass ich ihn fliegt mal mann habt ihr tatsächlich nur abschluss bestätigt eingegeben oder nein eigentlich ist auch s und z drin ok ich frage keine rückendeckung ich bin schon auf der anderen seite ich habe oder das ist ein scherz spielen alle mit schilder ich habe auch einen killed wenn wir umsägt kommen und das ist schon mal ein zweiter gewesen ich komme nicht durch ich bin ja doch ganz nach hinten ihre noch drei leute geht also wenn er jetzt nicht findet dann sind wir auf einer seite also ich bin andere seite geflickt das ist nicht frei für alle darf man nicht jeden töten das macht 2 90 am nächsten fenster suchen sie sich das auto selber oder ein kopf schuss und er geht nicht runter in und dann kommt auf mich zu was mit ihm haben und dann kommt auf mich zu werfen und dann kommt auf mich zu werfen ja feindliche kontakt aktiv feindliche drohne aktiv werfe schockstab wer ist denn da jetzt der schosser jetzt habe ich mich jetzt habe ich mich selber elektrisiert elektrisiert und dann hat er geschossen das magazin schnappt ihr zusammenflicken nein war doch nur kurz vor meiner position weg ich weiß nicht wo der gerade liegt verbündeter helikopterschützerposition in weit gewitternd boden drängt ihn zurück feindliche drohne im einsatzgebiet feindliche drohne im einsatzgebiet verbündete drohne im einsatz verbündete drohne im einsatz verbündete drohne im einsatz verbündete drohne im einsatzgebiet und keiner mehr er hat ja alle gab im helikopterschützer verbrechen und auf die schwarzen und So wird das nichts mit den 10 Abschüssen. Feindlicher Mörserschlag bei eurer Position. Ich krelle da schon nicht mehr nach. Auf der Karte mag ich so super, hier will ich mich keine Meter mehr. Da kommt ein feindlicher Mörserschlag. Das ist die Soapie. fähig Er ist heftig bei dem Ey, die Idee ist gut Noch eine Minute. Hehehe, Norbert spielt mit Schild. Hab ich oft geglaubt. Oder er schafft es aber, mich zu killen, Alter. Ich lege hier Munition ab. Ich weiß nicht, ich geh mit der rot-weißen Maske da. Der krieg ich kaputt. Tut mir leid, der ist bei dir in der Ecke, Alex. Ok, wo du hättest, du hättest von der Luft. Ich krieg gar keinen kaputt. Ich darf mich nur abschießen lassen. Noch 10 Sekunden. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Mission kompromittiert. Eieieiei. Was denn auch? Ja, du weißt doch wie er ist. Ich bin der Tollste, ich bin der Beste. So ist er. Wer sagt das? Ach, so ist mein Bruder. Ach so. Kurzbeschreibung. Norbert ist auch so, aber er ist nicht zu. Ja, Norbert ist eigentlich noch viel schlimmer. Man sieht es ihm nur nicht an. Abschluss bestätigt. Darum spiele er mit uns nicht zu schlecht für ihn eigentlich. Ist er nur wert? Ja. Ja, kann ich verstehen. Von mir gibt es aber leider noch keinen Film. Von deinem Bruder gibt es schon zwei. Ja. Echt? Echt? Ralf reicht, eins und zwei. Ja. Alex, kannst du mal einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mal das Ding da kaputt schießen von oben? Auf der Treppe, bitte. Wir haben die Führung übernommen. Ah, da sind es noch einer drin. Ist weg? Na laja, und jetzt hat er mal die Marke weggefladet. Ich warte auch da drauf, dass er ins Fenster kommt. Ja, ich habe ihn weggesniped. Du. Ja. Abschluss bestätigt. Entschuldigung, dass nicht auch jemand mal drin ist. Also nicht gesniped, sondern... Na, da haben wir es ja. Da haben wir es ja. Mit Taktikgewehr zwei Schüsse ins Ziel und weg war er. Ins Knie. Toll. Da hat er ja jetzt Auerfuß. Auerfuß. Besser Auer mit Fuss als Watsche mit Fuss. Kommt einer von unten. Einer bestätigt. Die Kombination gefällt mir. Taktikgewehr und Short. Verbündete Drohne online. Wir haben die Führung verloren. Alter, wie schnell ist der bitte schön? Wir müssen eigentlich einer in der Ecke sein, Tanja. Oder hat Alex den schon wieder weggeschossen? Den da unten? Achso. Ja, hier wo die Warte liegt. Ja, den habe ich. Ich bin direkt hinter dir vorfällig. Hier ist ein feindlicher Kämpfer. Nicht mehr. Wow. Oh. Habe ich nicht aufblitzen können? Ja. Ist er loschen. Dabei ist nicht immer noch erster Advent. Nehmt Granate geworfen. Oh. 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 tausche das magazin der tod wird noch warten müssen verbündeter vitol erreicht diesen sektor unsere konterdrohne ist aktiv verbündete drohne online da war ich wohl zu nah dran feindliche drohne aktiv zwei mit schild wieder die die Nein, ich warte, dass ich da einen absolut nichts an er machen kann. Da kommt endlich mal einer ums Eck und das ist genau der Schilddruck. Das ist ja... bitte. Zusammenflicken! Damit sind wir quitt! Fürs Erste! Und nachladen! Nachschuss bestätigt! Ja, tups, das kenn ich. Nachladen ist orsch. Okay, mit Sturmgewehr kann man die Map vergessen, aber so ist es geil. Oder auch nicht. Klatsch! Und es hat Boom gemacht. Das gibt's auch nicht. Du schießt eigentlich genau auf seinen Körper. Schuss geht ein Zentimeter daneben. Hinter dir! Es bewegt sich aber auch keiner von denen, ne? Wir gehörens ja auch nicht. Osser Alex vielleicht. Anhand meiner gekriegt worden, Statistik? Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Kann mir mal einer sagen, wo die sitzen? In den Häusern? Boah! Super! Bine! Da könnte ich jetzt aber wirklich nix für! Da könnte ich jetzt aber wirklich nix für! In einem Sniperhaus! Ich hab' ne Tasse Fencheltee getrunken oder so, ich weiß es nicht. Werfe Haftgranate! Brrrrrrrr! Hier oben im Fenster, Friseursalon. Ich weiß nicht, wo der ist, ich finde ihn immer nur per Zufall. Das grüne Gebäude, wo kalab kalab hat er was da steht. Abschuss gesichert! Wechsle das Magazin! Ich hoffe, ich hab' das niemanden wieder unabsichtlich mitgenommen. Ja! Alle! Doch! Verbündete Konterdrohne in Position! Ja, aber schon! Verbündete Drohne online! Na 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 na! Schrauben! Ich bin hinter dir! Ich brauche die fieberste Hilfe und Norbert wollte mich wieder jetzt hin. Damit sind wir fit! Ja, mich auch schon ein paar Mal! Norbert, komm gleich einer von hinten, wenn du peckst rein! Einer! Boah! Der Fall ist dann frei! Der Fall ist dann frei! Komm Norbert, wir versuchen zu zweit. Vielleicht kommen wir dann weiter. Jupp! Noch eine Minute! Noah! Komm, Anruf, schuss noch! Aber wir spielen nur gegen zwei, deswegen! Finden wir kein Gegner! Einer ist gerade rausgesandert, kann ich dir sagen, der war erschossen und ich hab' die Marke... Die, der da gerade im Fenster war, den hätte ich auch gerne weggeschossen! Oh! Und zwar 100 Minuspunkte gewesen, der Anblick war schon verlockend! Noch 30 Sekunden! Noch 30 Sekunden! Ich pass' auf dein Fenster aus! 34, 34! Huh! Ich bin hinter dir! Noch 10 Sekunden! Noch 30 Sekunden! 36, 36! Nein! Ich hab' nur gesehen, Norbert weggeschossen oder einer vor mir! Ich bleib' stehen! Das war doch auch so eine Spitzenrunde! Das war doch so ein bisschen! Ich hab' nur gesehen! Ich hab' nur gesehen! Ich hab' nur gesehen!